hallo meine lieben ich wollte mich nur einmal kurz bei euch melden mich bedanken dass ihr das ganze jahr wieder fleißig meine videos mitgeschaut habt und fleißig kommentare geschrieben habt sowohl bei youtube auch als e-mails bei markus unterwegs und es macht mir immer sehr viel freude das zu lesen und auch zu beantworten letztendlich dieses video wie gesagt ein kleines dankeschön und ich wollte euch eine schöne adventszeit wünschen fröhliche weihnachten und guten rutsch ins neue jahr wir sehen und hören uns dann hoffentlich alle gesund wieder in 2022 macht's gut euer markus